Hallo! Danke, ich weiß schon, was ich möchte. So, und das wäre? Einen schönen, heißen Cappuccino. Mit einfachem oder doppelt Mespresso? Doppelt. Arabica oder robuster Bohne? Gemischt. 3 zu 1. Aus Kenia, Sansibar, Kolumbien, Nicaragua, Guatemala oder Honduras? Aus Nicaragua, bitte. Mit Sahne, Vollmilch, Fettarm, Laktosefrei oder Sojamilch? Nein, danke, nichts davon. Gute Wahl. Cappuccino ohne Milch. Das Leben steckt voller Entscheidungen. Die richtige zu treffen ist manchmal gar nicht so einfach. Wir sind zwar keine Kaffeespezialisten, aber bei der Vermögensanlage erleichtern wir Ihnen die Entscheidung. Mit dem aktiven Vermögensmanagement von Union Investment. Und einen guten Kaffee servieren wir Ihnen selbstverständlich auch. Ik guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck für dich herum. Ich guck mal. Ich guck ca. Dieel Technik. Untertitelung des ZDF, 2020